Neuzugang im Elephant Nature Park in Thailand. Die blinde Elefantenkug Leutong ist gerade erst gerettet worden. Sie kündigt ihre Ankunft den Artgenossen an. Und schon setzt sich die ganze Herde in Bewegung. Die Dickhäuter begrüßen ihre Neubewohnerin auf arttypische Weise mit ihren Rüsseln. Der Elephant Nature Park liegt im Norden Thailands. Hier leben Elefanten, die von Aktivisten gerettet wurden. Die Tiere werden oft für Arbeit in Landwirtschaft und Tourismus ausgebeutet und dabei schwer misshandelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017